Die Ostschweiz verfügt über ein reiches Erbe an Geschichte und Geschichten rund um die Textilindustrie. Der 2010 gegründete Verein Textilland Ostschweiz hat es sich zum Ziel gesetzt, diese Sicht und fühlbar zu machen und damit die Wettbewerbskraft der ganzen Region zu erhöhen. Ein besonders schönes Beispiel sind die individuell ausgestatteten Textilzimmer verschiedener Hotels, in welchen man die Stoffe der Region hautnah erleben kann. Mit einer breit abgestützten öffentlich-privaten Partnerschaft überschreitet das Projekt die Grenzen von Destinationen und Kantonen. Der klar strukturierte Businessplan bindet auch die Wirtschaft mit ein und hat damit gute Aussichten, das Gesicht der Ostschweiz über den Tourismus hinaus nachhaltig zu prägen. DER 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 D